Also, ich würde mir das neue Jansky-Video jetzt reinziehen und dann würde ich fahren gehen. Was hat Jansky denn gedroppt hier? Der LFM-Fluch. Oh oh. Vor 31 Minuten. Oh nein, ich habe mich schon gesehen, Chat. Nein. Ich habe mich selber gesehen. Ich habe mich in dem Video schon gesehen. Okay. Jansky, was hast du gebaut, Jansky? Vertell mich mal, was du da gebaut hast. Okay. Moin, moin, sagt er. Moin, moin, Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge der Profi-E-Sportler Fettbeckes Junge. Noah trinkt. Und Sascha trinkt ebenfalls. Bei den Temperaturen, meine Damen und Herren, ist es sehr wichtig zu trinken. Bitte konsumieren Sie Flüssigkeiten. Schau mal, wo wir sind, der. Frau Vandafelde, Frau Bischof, Frau Busby, Frau Karikas. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der gerade hier ist, zuschaut, schreibt und vor allem supportet. Ich gebe mein Bestes. No. Digga, was ist da passiert schon wieder? Ich habe ihn gedreht. Vielen lieben Dank, Leitex, für den Support. Bing. Ey. Hä, Digga. Bing. Ich habe den Zähn. Noa, ich fühle mit dir. Jo. Nochmal. Ja, noch ist nichts vorbei, Digga. Es ist alles vorbei, Junge. Drauf geschissen. Es geht reißig. Du startest die Quali P3 und dann hast du wieder nur Scheiße. Ich tick aus. Ich sehe ihn. Doch nicht. Und zweit ist wahrscheinlich. War noch gut aus. Ja, und noch eine Warning. Ey. Ja. Ich habe drei Warnings. Schon wieder? Ja, Marco. Ja, das ist die nächste. Ich habe eine DT. No. Ich habe eine DT. 14 Minuten 2. Das sind ja die schnellsten DTs, die ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Ich weine. Einen Vorteil hat das Ganze für dich, Noah. Ja. Du willst im nächsten Jansky-Video landen. Aber wie das einfach schon so ein Gag ist, du wirst im nächsten Jansky-Video landen. Nein, ich will das gar nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Ob das noch? Zwei DTs in 14 Minuten. Das ist rekordverdächtig. Ich klopke mir gerade mal selber auf die Schulter. Ich habe noch keine. Oh mein Gott. Bing. Ja. Junge, also das war die dümmste Warning, die ich jemals bekommen habe. Jetzt fängt das bei mir auch an. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe da noch nie eine Warning bekommen. Oh. Nissan. USB ist wieder da. Perfekt. USB-Connection. Was ein Scheiß, Alter. Wenn dir halt einfach der USB-Affekt bricht, Junge. Oh nein. Oh, wie bitter. Ah, die Kamera ist auch noch raus. Scheiße. Der Lambo überlebt doch nicht hier. What the fuck? Was war das denn? Ich habe vollem Bewusstsein jemanden rausgeschoben. Oh, Janski, du Assi, Alter. Und ich habe das auch noch angekündigt. 28 Tage Band fertig. Oh, richtiges Gold. Verdammte Scheiße. Nein, das war die Wand. Hoch. Oh, Junge. Mit der Stelle habe ich es heute aber. Junge. Mit der auch. Wo kommt das denn her? Profi-E-Sportler. Das wird gut. Das wird kontern heute. Scheiße. Oh ja. Janski freut sich schon. Oh, shit. Oh, hat Nick das sein Zimmer umgebaut? Das sehe ich ja jetzt erst. Ui, das ist ja richtig schick. Und das hat echt keine gute Runde, ne? Naja. War zwar nicht so schnell, aber gut. Top, Bob. 58, 8. Mhm. Ändert ihr euch noch, als der Patch rauskam? Ihr werdet jetzt so ein, zwei Sekunden langsamer sein? Ja. Meine Klasse. Oh, danke. Oh, oh. Hallo. Einmal nach außen gedrückt. Es ist absolut witzlos. Ach so, eine Frechheit. Keine Chance, nur andere Zweifel für Grabens zu machen. Ja, jetzt wird's rohenlos. Niklas hat mir's safe. Oh, Niklas. Nützen Sie die Macht. Ja, schönes Ding. Irgendwie erbringt mich einfach komplett um. Oh, jetzt kommt noch Evo. Verpiss dich, Evo. Und Sascha tauchen. Oh, man wird aus dem Leben vernichtet. Ja, Sache. Das ist schön, dass ihr bei sowas noch lachen könnt. Also, das finde ich ja cool, dass ihr dabei noch lachen könnt. Also, äh, 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 mhm. Verschicken für davor. Jetzt gibt's sogar 6 Edo Plus. Oh, oh, tot. Oh, mein Gott. Nein, doch. Oh, du Arschloch. Warum denn? Das ist wirklich der LFM-Fluch. Er drückt nicht auf die Bremse. Das ist so unglaublich. Wir haben alle langsam gemacht. Jedes Rennen, was ich fahre. Es ist zum Kotzen. Was ist denn da passiert? Doch. Wie ist denn Sascha dabei gestorben? Und dann treffen die sich am Heckflügel. Ich hab mein Mars heute bestanden. Also, grad vor einer halben Stunde hatte ich meine mündliche Abschlussprüfung. 1,7 bestanden man. Wacker? Mein Glückwunsch. Falls ich das irgendwann erreichen sollte. I'm proud of you. Tippitoppiger Lobby. Darum fahr ich auch grad besoffen. Aber scheinbar läuft's besser, wenn ich besoffen bin. Oh. Komplett besoffen. Alles gut? Wört noch? Komm, ich bin reingeschissen. Warum bin ich schon nach einem halben Liter? Jetzt müssen wir... Leute, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Okay? Okay. 2023. Die Menschheit ist an dem Punkt, an dem sie gerade ist. Du bestehst deinen Master mit 1,3... Ja? 1,7. Entschuldigung. Du bestehst deinen Master mit 1,7. Kommst nach Hause. Machst einen Stream an. Ballerst hier einen rein. Und fährst rennen. Lass uns mal kurz sagen. Das nenne ich Dedication. Das nenne ich Dedication, meine Damen und Herren. Hm. Prioritäten sind gesetzt. Würde ich übrigens auch nicht anders machen. Ich geh schon so besoffen an. Hab auch keiner gesehen. Vor allem, ich bin jetzt einfach entspannt zu Ende. Damit wir keine Gefahr auf der Strecke sind für andere. Natürlich. Also, ich kann noch nicht so dermaßen besoffen sein. Ich fühl mich auch nicht so. Es war einfach nur dumm gerade. Na gut. Darauf ein bisschen Frust saufen. Ah, da ist selten was drin. Auch wenn ich gerade also 20 Sekunden Schaden habe. Jetzt habe ich mit 23 Sekunden gefahren. Wieso habe ich immer so viel Schaden? Ich muss sowieso mal gucken, wie man das regeln kann. Also, ich weiß nicht. Es gibt ja so viele Menge an diesem Lenkrad. Jetzt hat er wieder zweimal runtergeschaltet. Mein Motor ist rot. Junge, ich habe da schon einen Delay reingepackt. Guck mal, jetzt ist mein Motor rot. Weil dieses Kack Lenkrad zwar noch unterschaltet. Das hatte ich auch mal eine ganze Zeit. Aber das lag nicht am Lenkrad. Oh Mann ey, fick mich doch hart nehmen. Oho. Da kommt noch was. Jansky, gib weitere Szene. Los. Gib Szene. Jansky. Du hast mich fast ins Verderben geschoben. Jansky kriegt ein Däumchen. Schönes Video, Jansky. Spitzenmäßig so. .